Hi Leute, lange habe ich nichts von mir hören lassen, aber das soll sich jetzt ändern. Hier mal ein ganz anderes Video, als ihr es bisher von mir gewohnt seid. Mit diesem Video habt ihr nämlich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welchen Song ich als nächstes covern werde. Wie ihr das macht, ist ganz einfach. Ihr schreibt euren Wunschtitel und Interpreten unten ins Kontaktfeld und am Ende gewinnt der Song, der am häufigsten vorgeschlagen wurde. Wenn ihr jetzt denkt, Mist, mein Song hat ja sowieso keine Chance, den kennt ja keiner. Falsch. Es gibt nämlich auch noch eine Auslosung. Und das Ergebnis dieser Auslosung findet ihr dann am Ende des demokratisch abgestimmten Videos. Wenn es fertig ist, heißt, ich werde zwei Songs covern. Ihr könnt bis zum 17.07.2011 voten und jeder YouTube-User darf natürlich nur eine Stimme abgeben. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mega gespannt, für welchen Song ihr euch entscheiden werdet. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich wie immer meinen ganz eigenen Stil in das Video einbringen werde. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Voten und bis dann. Und dann wünsche ich euch jetzt ein bisschen näher, bis zum 17.07.2012. Vielen Dank.